Ich finde es unglaublich faszinierend, dass Menschen, die hunderte oder gar tausende von Kilometern voneinander entfernt sind, trotzdem zusammen lernen können, zusammen arbeiten können, sich austauschen können, sich unterstützen können, zusammen lachen können und manchmal sich auch gemeinsam vielleicht ärgern können. Damit dies leicht und einfach möglich ist, habe ich einen Raum geschaffen. Einen Raum in der Online-Welt. Ich bin ja schon seit 2004 Online-Trainerin und auch damals schon in dieser digitalen Steinzeit war es mir immer ganz wichtig, dass das Beziehungsorientierte im E-Learning eine große Rolle spielt. Also der Kontakt unter den Teilnehmern groß ist, dass ich auch mit meinen Teilnehmenden in einer guten Beziehung stehe, denn wir wissen, dass ein ganz wichtiger Lernerfolgsfaktor das soziale Lernen ist. Jede E-Trainer-Ausbildung ist ein Update der vorherigen Ausbildung, weil es in diesem Bereich einfach so dynamisch ist und es ständige neue Methoden, Techniken und Tools gibt, die natürlich sofort in die Ausbildungen integriert werden. Und das ganz Besondere ist, dass die Ausbildung auf agilen Lernprinzipien basiert. Das heißt, uns ist es gelungen, einen Rahmen zu schaffen, wo wir das soziale Lernen mit dem ganz individuellen Lernen kombinieren können. So kann jeder sich mit jedem gut austauschen, sich gegenseitig befruchten und auf der anderen Seite nach ganz persönlichen, bedarfsorientierten Lernzielen vorgehen. In der E-Trainer-Ausbildung lernst du alles, was du brauchst, um als Online-Trainer auf dem Markt erfolgreich zu sein. In fünf Medulen wirst du durchbegleitet. Es beginnt bei der Konzeption von E-Trainings nach neurodidaktischen Überlegungen. Das heißt, es geht auch um kreative, interaktive Methoden, die zu einem richtig guten Mix zusammengestellt werden. Und du lernst selbst als absoluter Technik-Neuling, wie du Videos produzierst, wie du Podcasts machst, wie du vertonte Präsentationen erstellst und mit Sicherheit auch Spaß dabei hast. Und du lernst, wie du mit virtuellen Gruppen umgehst, wie du Gruppendynamik beeinflussen kannst, wie du ein Gruppenfeeling erzeugen kannst. Und nicht zuletzt lernst du auch deine Trainer-Persönlichkeit im Online-Raum zur Geltung zu bringen. Und dann gibt es noch so ein paar Tipps und Tricks rund um Vermarktung, rechtliches und was man eben alles noch so wissen muss, damit man sein Projekt, sein Online-Seminar erfolgreich an den Start bringen kann. Ich glaube, wir wissen alle, richtig kompetent wird man erst dann, wenn man in die Aktivität kommt, wenn man also sofort das Gelernte umsetzt. Und genau das ist das Ziel der Ausbildung. Nicht nur, dass du von Beginn an an deinem persönlichen E-Trainings-Konzept arbeitest, auch ganz viele Aufgaben, die du dir aussuchen kannst, je nachdem, was du für ein ganz persönliches Lernziel hast, leiten dich durch diesen Prozess. Dazu wird auch Aushausch sehr groß geschrieben. Auch das gehört für uns zur Aktivität dazu. Voneinander lernen, andere inspirieren und Ideen von anderen auch aufzugreifen und sie für sich selbst passend zu machen. Dieser Austausch findet einerseits in regelmäßig stattfindenden Coworkings statt oder in Mini-Bar-Camps oder auch auf der Kursplattform in den Kommunikationsecken, wo man ein paar Themen hat oder auch sich ganz allgemein mal austauscht und manchmal auch einfach nur plaudert. Auch wenn sich ungefähr 70 Prozent der Seminarzeit in unserem virtuellen Seminarhaus abspielt, so gibt es selbstverständlich auch eine ganze Reihe von Live-Online-Sessions. Das heißt, wir treffen uns in einem virtuellen Seminarraum allezeit gleich, diskutieren, tauschen uns aus, lernen gemeinsam, üben, reflektieren und kommunizieren miteinander. Und en passant lernt man da eine ganze Menge darüber, wie man Live-Online-Seminare hält, sowohl vom didaktischen Aspekt her, man lernt eine ganze Menge Methoden kennen und natürlich auch vom technischen Aspekt her. Und von Beginn an sind die Teilnehmenden auch sofort involviert in der Gestaltung dieser Live-Sessions. Warum finde ich das Online-Trainieren einfach so toll? Es liegt natürlich auch daran, dass man zeitflexibel und ortsunabhängig als Trainer unterwegs sein kann. Aber das ist eigentlich nur eine Randerscheinung. Das richtig Geniale ist für mich, dass ich im Online-Raum noch mehr erlebe, dass jedes Seminar und jedes Training ein neues Abenteuer ist, weil neue Menschen zusammenkommen mit eigenen Geschichten, mit eigenen Bedürfnissen und sich auch jede Gruppe auf eine ganz eigene Art und Weise entwickelt. Ich glaube, dass das im Online-Bereich noch mehr der Fall ist. Liegt daran, dass ich als E-Trainerin sehr viel näher an meinen Teilnehmern dran bin als im Präsenztraining. Ich bin sehr viel mehr im individuellen Kontakt. Ich begleite sie sehr viel mehr, als dass ich sie trainiere. Und dadurch entstehen auch sehr tiefgehende und sehr persönliche Beziehungen. Und richtig cool finde ich, dass in einem Online-Seminar Menschen zusammenkommen, die sonst nie zusammengekommen wären, weil der Weg einfach zu weit ist oder weil es die Gesundheit nicht zulässt oder die Zeit nicht zulässt. Und diese Hürden zu überwinden und dafür Brücken zu schlagen, man kann schon sagen, die Welt so ein bisschen enger zusammenrücken zu lassen, das ist etwas, was mich jeden Tag aufs Neue antreibt. Das ist etwas, was mich jeden Tag aufs Neue antreibt.